Läuferin aller Zeiten, die Linzi, die hält offensichtlich nicht viel von Statistiken. Ich habe das nicht gewusst, danke. Ja, ich hoffe, dass ich heute gewinnen kann. Aber wie ich gesagt habe, die Kursetzung ist nicht so leicht. Und für mich ist es nicht so, ja, die Rekorde denke ich nicht so viel dran. Es ist nur, dass ich fühle mich körperlich fit und ich kann aggressiv fahren, weil, ja, also wenn ich fahre wie gestern, dann werde ich überhaupt nicht gewinnen. So, schauen wir mal, ob ich besser fahren kann.